Heute geht es um Apfelessig. Und das, obwohl wir keine Kochshow sind. Grund dafür sind die heutigen Top 5 alternative Heilmethoden. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Herzlich willkommen bei Erstens Medizin. Heute möchte ich euch die meiner Meinung nach Top 5 der alternativen Heilmethoden vorstellen. Fangen wir gleich an. Die erste Therapieform ist die Hydrotherapie. Das Konzept geht nach Sebastian Kneipp, der von 1821 bis 1897 lebte. Er wendete die Hydrotherapie selbst bei sich und später bei Patienten an und hat damit gute Erfolge erzielt. Bei der Hydrotherapie spielt Temperatur eine große Rolle. Hier wird ein kurzer Kältereiz gesetzt, zum Beispiel durch kaltes Abduschen der Beine, und dann ziehen sich die Gefäße erst zusammen. Legt man sich jedoch ohne die Beine abzutrocknen ins Bett und deckt sich gut zu, so wird man einen starken Effekt erzielen, bei dem die Gefäße sich weiten und die Durchblutung extrem gefördert wird. Die schonendere Variante sind hierbei die Wechselduschen, bei dem Wärme und Kältereiz abgewechselt wird, wobei es mit einem Kältereiz endet. So kann man das nicht nur mit den Beinen machen, sondern so ziemlich überall am Körper und erreicht dadurch einen aktivierenden, so auch beruhigenden und immunstimulierenden und durchblutungsfördernden Effekt. Anwenden kann man das bei Entzündungen, Schwellungen und so weiter. Was ich euch als nächstes vorstellen möchte, kennt jeder von euch. Es ist in Zitronen enthalten, und zwar das Vitamin C. Dieses Vitamin hat viele Aufgaben im Körper. Zum Beispiel ist es wichtig für die Kollagenproduktion, welches die Zellen zusammenhält. Außerdem wird es für die Funktion des Mitochondriums benötigt, was zur Energiegewinnung beiträgt. Deshalb hatten Menschen mit starkem Vitamin-C-Mangel Erschöpfungszustände, die zum Tod führen können. Das und weitere Symptome, die zum Krankheitsbild Skorbut gehören. 1949 hat Dr. Fred R. Klenner gute Erfolge mit der Therapie von Vitamin C erzielt. Und das bei vielen Krankheiten, unter anderem Herpeszoster und Masern. Es zeigte sich, dass hochdosiertes Vitamin C die weißen Blutkörperchen erhöht, die zur Infektionsbekämpfung wichtig sind. Nummer 3 1877 machte Dr. Roth ein Experiment. Während einem Pockenausbruch gab er den Infizierten und einer Kontrollgruppe zwei Löffel Apfelessig morgens und abends. Und das für 14 Tage. Dadurch gab es keine Todesfälle unter den Erkrankten. Er bemerkte auch, dass Menschen, die das prophylaktisch taten und sich dann um die Infizierten kümmerten, diese Erkrankung nicht bekamen. Heute weiß man, dass Apfelessig stark desinfizierend wirkt und den Körper alkalisiert, also den pH-Wert erhöht. So ist der Resistenter gegen Infektionen. Als nächstes auf dem Programm ist der Knoblauch. Zur Einführung möchte ich euch von einem weiteren Experiment erzählen. Dazu wurden 1904 zwei Gruppen von Meerschweinchen genommen. Die eine Gruppe wurde mit Knoblauch gefüttert. Jeden Tag. Die andere nicht. Beide Gruppen wurden jedoch mit Tuberkulose in Kontakt gebracht. Die Gruppe der Meerschweinchen, die Knoblauch zu essen bekamen, hat sich nicht mit der Krankheit infiziert. Die Kontrollgruppe jedoch schon. Auch Menschen hat diese Therapie sehr geholfen. So beschrieben 1902 von Dr. William Charles Minchin, der einen Artikel dazu schrieb. The Successful Treatment of Tuberculosis and Lupus by Garlic. Er ist überzeugt, dass Knoblauch das Antiseptikum der Natur ist. Der enge Verwandte von Knoblauch ist die Zwiebel. Und ein Artikel namens Vegetables Medicine, der 1903 veröffentlicht wurde, beschreibt, dass Menschen, die viel Zwiebel asen, praktisch immun gegen die Pocken waren, obwohl dort eher selten geimpft wurde. Es war schon Hippokrates, der sagte, eure Nahrungsmittel sollen eure Heilmittel sein und eure Heilmittel sollen eure Nahrungsmittel sein. Unser letztes Thema ist ein sehr vernachlässigtes, nämlich Schlaf. Nicht umsonst heißt es immer schlaflich gesund. Doch tatsächlich hat der Schlaf auch eine heilende Wirkung. Das liegt daran, dass während dem Schlafen vor allem in der ersten Hälfte der Nacht das HGH, Human Growth Hormon, also das menschliche Wachstumshormon, ausgeschüttet wird. Dieses hat eine gewebsaufbauende und regenerationsfördernde Wirkung und verlangsamt den Alterungsprozess. Das war's mit den Top 5 alternativen Heilmethoden. Ich hoffe, dass wir jetzt am Ende des Videos ein bisschen schlauer sind als vorher. Ansonsten wünsche ich noch einen schönen Tag und vergesst nicht, Medizin kann so einfach sein. Bis zum nächsten Mal.